Ab heute geht es um Achtsamkeitsübungen. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Emga, schön, dass du, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte heute mal eine Videoserie beginnen, wo es um das Thema Achtsamkeit, Achtsamkeitsübungen geht. Wenn es darum geht, mehr in die Selbstliebe zu kommen, mehr Selbstbewusstsein zu erhalten, also sein Selbstbewusstsein zu stärken, überhaupt ein bewussteres Leben zu führen und auch mal anzufangen, bewusster zu denken, so dem Gedankenkabarett im Kopf weniger einen freien Lauf zu lassen, dann dürfen wir uns auch darin üben, mal achtsamer zu sein und unsere Tage achtsamer zu genesen, wahrzunehmen, präsenter zu sein im Hier und im Jetzt. Und ja, darum geht es jetzt so in der nächsten Videoserie und heute beginnen wir mit einer Achtsamkeitsatemübung. Über unseren Atem nehmen wir einfach Lebensenergie auf und ja, es ist auch gut, dass unser Atem so auf Autopilot geschaltet ist, aber wir sind deshalb auch dann dazu geneigt, weil das alles so automatisch abläuft. Ja, ich sag mal, gerade so viel aufzunehmen an Sauerstoff, an Atem einzuatmen, wie wir zum Leben brauchen. Und deshalb möchte ich dich heute mal dazu einladen, mehr Energie mal in dein System zu lassen, indem du mal beginnst, immer mal wieder bewusst zu atmen, bewusst tief ein- und auszuatmen. Das sind Dinge, die kannst du tagsüber wunderbar in deinen Alltag integrieren. Immer wieder, wenn du daran denkst, vielleicht kannst du dir auch oder möchtest du dir irgendwo eine Metapher auch nehmen, dass immer wenn du im Auto hockst oder dich ins Auto hockst oder irgendwo hin hockst oder zur Toilette gehst, dass du vorher einfach mal einige Male tief ein- und ausatmest. Oder du nimmst dir so als Erinnerung, vielleicht hast du ein Faible für Edelsteine, hast Edelsteine zu Hause, dass du dir einen Stein in deine Hosentasche oder Jackentasche steckst, so als Metapher, dass du immer dran denkst, wenn dieser Stein sich bemerkbar macht, dass du ihn einfach fühlst in der Jackentasche, dass du da immer mal wieder dran denkst, tief ein- und auszuatmen. Was aber auch, ja, ich dir ans Herz legen möchte, ist, morgens schon mal nach dem Aufstehen einige Male tief ein- und auszuatmen. Und da kannst du dir gerne mal vorstellen, wie du Licht, Liebe und Lebensenergie aufnimmst, wie dein ganzer Körper erfüllt wird mit diesem Licht, mit dieser Lebensenergie und mit dem Sauerstoff. Und dann kannst du dir auch gerne vorstellen, wie diese Energien über deinen physischen Körper hinausströmen, in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins. Und das Ganze würde ich dir gerne ans Herz legen, auch abends noch einmal zu machen, so vor dem Zu-Bett-Gehen, dass du noch mal kurz den Tag Revue passieren lässt und dann auch noch einige Male ganz bewusst tief ein- und ausatmest und dir dann auch dabei vorstellst, wie du dich mental jetzt auf die Nacht vorbereitest, wie du mental dich jetzt auch, ja, auf deinen wunderbar erholsamen Schlaf vorbereitest, dass du zu Bett gehst, mit der mentalen Ausrichtung erfüllt einzuschlafen und den Tag abzuschließen, dich auf die Nacht zu freuen, auf den Schlaf und auch schon wiederum auf den nächsten Tag. Ja, damit möchte ich heute mit dir starten, diese kleine Videoserie, Serie Achtsamkeitsübungen mit dem Thema Atem, Atemübungen. Also schau einfach, dass du dir mal ein bewussteres Atmen angewöhnst, immer mal wieder tief ein- und ausatmen und vor allem morgens und abends auch ganz bewusst einige Male, gerne auch mit der gedanklichen Vorstellung, dass du Licht, Liebe und Lebensenergie ein- und wieder ausatmest. Und das möchte ich auch dir mit auf den Weg geben, schraub die Erwartungen jetzt nicht gleich so hoch, dass du das Gefühl hast oder dass du mit der mentalen Ausrichtung da rangehst, dass sich gleich alles verändern wird. Der Weg ist das Ziel und ja, bleib einfach mal am Ball, dazu kann ich dich nur ermutigen, übe dich jetzt einfach mal darin, heute zumindest ab dem Zeitpunkt, wo du das Video hier siehst, immer mal wieder tief ein- und auszuatmen und dann wirst du merken, dass da schon etwas in dir geschieht. Und wenn du jetzt das mal, ich sag mal, 21 Tage durchziehst und dann zurückblickst, dann wirst du erst recht feststellen, ja, wie du achtsamer dir selbst gegenüber bist und achtsamer den Tag gestaltest und überhaupt achtsamer dein wunderbares Leben eben auch mal nimmst. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, bleib achtsam, denk an deinen Atem und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen nochmal bis dahin. Alles Liebe, eine herzliche Umarmung. Tschüss, deine Amgat.